Wir haben im ersten Video behauptet, dass es eine Evolution und keine Revolution wäre, die mit der Datenschutzgrundverordnung über uns hereingebrochen ist. Lassen Sie mich das noch ein bisschen vertiefen, indem ich Ihnen ein wenig noch über die Rechtslage erzähle, wie sie bis zum Mai 2018 gegolten haben wird. Da ist die wichtigste Aussage, Datenschutzrecht ist schon bisher europarechtlich geprägt gewesen durch eine Richtlinie aus dem Jahr 1995. Diese Richtlinie hat aber viele, viele Nachteile mit sich gebracht. Der wichtigste Nachteil war, es ist eine Richtlinie und eine Richtlinie ist in das Recht der Mitgliedstaaten umzusetzen. Deswegen hatten wir in Europa bisher 28 unterschiedliche mitgliedsstaatliche Rechte zum Datenschutz. In manchen Mitgliedstaaten sogar noch mehr als nur eines. Also in jedem föderalen Staat dann x weitere nationalstaatliche Umsetzungen. In Österreich übrigens gibt es auch nicht nur das Datenschutzgesetz 2000, an das die meisten denken, sondern es gibt auch in Österreich bisher neun Landesdatenschutzgesetze. Also wir haben einen bunten Blumenteppich sozusagen in Europa. Nicht nur in Bezug auf das Gesetz, sondern auch in Bezug auf die Behörden. Es gibt dann in jedem Staat mindestens eine Behörde, die liest das Gesetz dann an unterschiedlichen Stellen wieder anders. Also es gibt eine Symphonie an unterschiedlichen Stimmen. Zusätzlich zu dieser Symphonie dann auch noch das schon vorher skizzierte geringe Risiko von Strafen und damit dann einen sehr wilden Teppich, der zu unterschiedlichen unangenehmen Effekten führt. Unter anderem, dass sich niemand wirklich auskennt und so jemand wie der Herr Schrems, den viele von Ihnen sicherlich aus den Medien kennen, jahrelang erfolgreich auch in den Medien sehr gut beobachtet, erfolgreich am Ende darum streiten muss, hunderte oder tausende Seiten von Informationen von großen Unternehmen, wie zum Beispiel Facebook, apropos Bullshit, wie zum Beispiel Facebook herauszubekommen. Und diese Informationsasymmetrien und die Durchsetzungsdefizite sind ganz wesentlich einer der Gründe, warum es jetzt diese Datenschutzgrundverordnung wiedergeben soll. Sie ist im Wesentlichen mit drei zentralen Versprechen angetreten. Zusammengefasst, One Continent, One Law, also nur noch ein Recht für alle 28 oder bald nur noch 27 Mitgliedstaaten. Dieses eine Recht sollte internetfit sein, nicht mehr so wie die Datenschutzgrundverordnung aus dem Jahr 95 im Wesentlichen vor dem Internet entstanden sein. Und es sollte eine einzige Regulierung sein, die sich über alle Sachverhalte, also vom Social Network bis zum Arbeitsplatz und von der Medizin bis zum Schutz von Jugendlichen über alle Sachverhalte hinweg einheitlich darstellen lässt. Also one size fits all. Die Datenschutzgrundverordnung nimmt für sich in Anspruch prinzipiell alle Sachverhalte, die irgendwie mit Daten zu tun haben, zu erfassen. Alle drei Ziele lassen sich aus meiner Sicht durchaus relativieren. Erstens handelt es sich bei der Datenschutzgrundverordnung eben um eine Grundverordnung. Das bedeutet, es sind nur die Grundsätze festgelegt. Und es geschieht erst recht wieder, dass wir unterschiedliche Interpretationen durch Umsetzungsgesetze in den Mitgliedstaaten haben. Österreich hat schon so ein Datenschutzanpassungsgesetz 2018. Auch Deutschland hat schon ein solches. Viele andere Staaten arbeiten gerade daran. Also zwar werden die Grundsätze gleich sein, aber die Details werden sich erst recht wieder verschieben. Was jetzt das Internet fit sein betrifft, muss man sagen, dass die Konzepte zum Teil aus den 80er Jahren stammen. Der Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 2012 und daher auch da schon wieder ganz viel an technologischer Entwicklung entstanden ist. Und was jetzt letztlich das one size fits all Argument betrifft, muss man auch hier relativieren, weil es neben der Datenschutzgrundverordnung weiterhin erst recht ganze wichtige Bereiche gibt, die spezialgesetzlich weiterhin geregelt werden. Insbesondere alles, was mit Telekommunikation zu tun hat, wird in einer eigenen Verordnung, in der sogenannten E-Privacy-Verordnung geregelt werden, die auch gerade in der Mache ist. Fragen der Informationssicherheit sind in der NIS-Richtlinie, Network Information Security Richtlinie geregelt. Also das heißt, man muss auch hier mit einem gewissen Vorbehalt herangehen an diese Vorschläge oder an diese Vorstellungen. Was man auch noch sagen muss, die Datenschutzgrundverordnung ist nicht allein gekommen, sie ist gekommen gemeinsam mit einem zweiten Vorschlag, den die Kommission im Jahr 2012 gebracht hat, nämlich für den Datenschutz im Bereich der Polizei und Justiz. Also dieser ganz große, insbesondere grundrechtsrelevante Bereich ist auch separat geregelt. In Österreich ist übrigens diese Richtlinie gemeinsam mit der Datenschutzgrundverordnung im Datenschutzanpassungsgesetz umgesetzt worden. Wer also sich für Polizei und Justiz interessiert, findet die Umsetzung dieser Richtlinie genauso wie die Präzisierungen aus der Datenschutzgrundverordnung im österreichischen Datenschutzanpassungsgesetz 2018. Wichtig ist, ab Mai 2018, wie schon gesagt, ab Mai 2018 ist diese Datenschutzgrundverordnung anzuwenden. In Kraft ist sie schon seit Mai 2016. Es gibt keine weiteren Umsetzungsfristen. Was also ab jetzt Ihnen von mir erzählt wird oder schon erzählt wurde, ist ab Mai 2018 nicht mehr akademisch und nicht mehr mit irgendwelchen sozusagen Gnadenfristen versehen, sondern theoretisch und vielleicht auch praktisch, wir werden sehen, ab dem 25. Mai 2018 in jeder Behörde, in jedem Unternehmen bereits operativ. Was noch bedacht werden muss, ich habe es schon zweimal gesagt, ich sage es jetzt ein drittes Mal, manches ändert sich nicht. Insbesondere ändert sich die primärrechtliche Ausgangslage nicht. Also das, was im europäischen Verfassungsrecht steht. Und erlauben Sie mir ganz wenige Minuten dazu noch zu verwenden, weil ich glaube, dass man das genau verstanden haben muss, um dann in weiterer Folge die Datenschutzgrundverordnung einordnen zu können. Wir in Europa, anders als andere Gegenden der Welt, haben nicht nur eine Grundrechtecharta, also eine Liste von Grundrechten, in der am Anfang so wichtige Dinge drinstehen wie die Würde des Menschen und ähnliche ganz fundamentale Prinzipien, sondern wir haben auch eine Grundrechtecharta, wo ganz weit vorne, nämlich bei den Artikeln 7 und 8, Grundrechte formuliert sind, die im Bereich des Datenschutzes spielen. Wir haben auf der einen Seite den Artikel 7 mit dem Schutz des Privat- und Familienlebens und wir haben auf der anderen Seite im Artikel 8 ein Grundrecht auf Datenschutz. Das muss man wirklich verstanden haben, weil das bedeutet, dass man in Europa eben auf Verfassungsebene noch über der Datenschutzgrundverordnung festgelegt hat, dass es ein verfassungsrechtlich garantiertes, fundamentales Recht jedes Einzelnen gibt, dass seine personenbezogenen Daten bewahrt werden. Dieses Konzept kommt übrigens auch ganz stark aus Deutschland. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat ein derartiges Grundrecht schon im Jahr 1983 formuliert, unter dem Stichwort des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Damals war der, vor dem man da geschützt werden sollte, hauptsächlich der Staat. Inzwischen hat sich dieses Grundrecht ganz stark verbreitet, weil sich eben auch die Datenverarbeitungen seit 1983 ganz stark verbreitet haben und Adressat derartiger Ansprüche sind daher insbesondere nun auch private Datenunternehmen. Das ist einer der Gründe, warum dieses Grundrecht viel wichtiger geworden sein mag, als es noch 1983 war. Und dieser Grundrechtskatalog der EU-Grundrechtecharta kennt eben jetzt nicht nur ein Grundrecht auf Datenschutz, den Artikel 8, sondern sagt schon in diesem Artikel 8 einiges, was ganz fundamental wichtig ist, um das europäische Datenschutzrecht zu verstehen. Zunächst einmal sagt er schon im Artikel 7 wie auch im Artikel 8, dass dieses Grundrecht jeder Person zusteht. Und da entstehen jetzt schon zwei interessante Fragen oder auch gleiche Antworten darauf. Das erste ist mal, bedeutet jede Person nur jede natürliche Person oder haben auch juristische Personen diesen Anspruch? Und zweitens, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Grundrecht von Nicht-Europäerinnen und Nicht-Europäern? Zumindest die zweite Frage will ich gleich beantworten, anders als in anderen Rechtsordnungen, wie zum Beispiel in den USA, wird in Europa nicht differenziert. Es gibt einen entsprechenden Anspruch für jedermann, egal ob er oder sie Europäer oder Amerikaner ist, das entsprechende Grundrecht entsteht. Ob es für eine natürliche und nur für eine natürliche oder für eine juristische Person auch gewährt werden soll, ist dann schon sehr viel schwieriger zu beantworten. Die entsprechenden Artikel der Grundrechtekarte reden nur von jeder Person. Die Datenschutzgrundverordnung redet aber, wir werden es später sehen, nur von natürlichen Personen. Erstes Thema also. Das zweite Thema ist dann, es geht um den Schutz personenbezogener Daten. Auch das ist etwas, was man von Beginn an verstanden haben muss. Nur dann, wenn Daten personenbezogen sind, ist dieser Schutzbereich eröffnet. Wir haben also eine Zero-One-Entscheidung an dieser Stelle. Wenn personenbezogene Daten vorliegen, dann entsteht der Grundrechtsschutz. Wenn wir keine personenbezogenen Daten haben, dann entsteht keiner. Im nächsten Kapitel werde ich mich dann ausgehend von hier noch mit den Prinzipien, wie sie im Absatz 2 und im Absatz 3 des Artikels 8 der Grundrechtecharta formuliert sind, etwas näher beschäftigen und werde dann auch schon in die Datenschutzgrundverordnung einsteigen.